Der Kurzquerschneider, hier hinten rechts im Bild zu sehen, dient dazu fehlerhaftes Material wie Anfahrabfälle oder Splice-Stellen herauszuschneiden. Außerdem ist er für den Format- und Auftragswechsel von elementarer Bedeutung. Das hier zu sehende System stammt von Phosbar und dient dazu, die Klingen partiziell anzusteuern. Außerdem soll er beim Format- und Auftragswechsel die Bahn abschlagen, damit das Rill- und Schneidwerkzeug neu eingestellt werden kann. Ist dies geschehen, lässt er die Bahn wieder zum Aggregat durch. Dieses System wird ähnlich wie die meisten heutzutage über ein Prozessleitsystem gesteuert und überwacht.